Mein Vorstellungsgespräch ist geplatzt, das war meine Chance. Tja, sieht nach einer Kündigung aus. Wenn Sie Ihren Müllbeier unbedingt sehen wollen, dann schauen Sie doch heute 19 Uhr die Sendung 6 gegen 90. Dort ist er zu Gast. Ich bin hier angetreten, um aufzudenken, um zu entlarven, um diese ganze verlogene Politik bloßzustellen. Puten weg. Da bin ich wieder. Willkommen zum Wahlspecial bei 6 gegen 90 mit unseren Politikern. Ich möchte sagen, dass dieser Mann ein Verbrecher ist. Arme Frau Kleinke, ja. 90 wird der Sache auf den Grund gehen. Deshalb nachschmiede, du Fanmeck. Die Kanzlerin im Gespräch mit Susanne Kleinke, eine Frau des Volkes, von der Politik enttäuscht. Ach, hier ist sie ja. Scheiße. Werden meine Forderungen jetzt erfüllt oder nicht? Wir können über alles reden. Ich hatte vor der Wahl. Halt doch mal ein blödes Maul, fette Sau. Ich gehe auch in die Moschee zum Beten, aber bitte jetzt. Ach so, Sie müssen die Kleine erschießen. Die ist komplett durchgeknallt. Erschießen Sie sie. Ihr habt Eigentlichkeitszone. Die habe ich jetzt und die behalte ich auch. Erich hat viele gebeten. Untertitelung des ZDF, 2020